Die Kochenhof-Siedlung im Stuttgarter Stadtteil Killesberg ist eine 1933 unter der Leitung des Architekten Paul Schmidhenner von Vertretern der Stuttgarter Schule in Holzbauweise errichtete Modell-Siedlung. Erklärtes Ziel war es, ein bewusst traditionalistisches Gegenmodell zur nahegelegenen, 1927 gebauten Weißenhof-Siedlung zu schaffen. Geschichte Der Name Kochenhof stammt von einem gleichnamigen Bauernhof, den es seit den 1770er Jahren auf der Gemarkung gab. Nach ersten Planungen 1927-28 wurden die insgesamt 25 Einzelhäuser der Siedlung 1933 unter Mitwirkung der deutschen Forstwirtschaft im Rahmen der Bauausstellung »Deutsches Holz für Hausbau und Wohnung« gebaut. Die beteiligten 23 Architektenbüros und Einzelarchitekten, darunter Paul Schmidhenner und Paul Bonatz, waren überwiegend ehemalige Studenten oder Professoren der Technischen Hochschule Stuttgart. Die Mitglieder dieser Gruppe wurden als »Stuttgarter Schule« bezeichnet. Die Architekten mussten beim Bau bestimmte Richtlinien einhalten, die von Schmidhenner und dem Stuttgarter Stadtplaner Heinz Wetzel vorgegeben wurden. Zu den Bauauflagen gehörte unter anderem, dass alle Gebäude ein Satteldach haben und in Holzbauweise errichtet werden mussten. Letzteres sollte dazu beitragen, die Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Holzbauten zu zeigen und dadurch die Holzverarbeitung im Baugewerbe zu fördern. Gegner dieser traditionalistischen Bauweise bezeichneten die Kochenhof-Siedlung deshalb witzelnd als »Holzwormsiedlung«. Dieser Spitzname ist noch heute gebräuchlich, so heißt eine Gastwirtschaft bei der Siedlung, zum »Holzworm«. Im Zweiten Weltkrieg wurden Teile der Siedlung bei Luftangriffen zerstört. Nach dem Krieg wurde das Wohngebiet durch konventionelle Gebäude erweitert, für die nicht mehr die Baurichtlinien der Kochenhof-Siedlung galten. Auch in der eigentlichen Siedlung wurden zahlreiche bauliche Veränderungen vorgenommen. Beteiligte Architekten